Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 17. Juni 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 636 und diese Woche werde ich euch wieder begleiten. Heute habe ich die folgenden Themen. iMovie, Vergleich, Android Pie 9, Mate X, Twint und To Do. Ich beginne gleich mit iMovie. Die Apple Video Bearbeitungs App hat unter anderem, interessanterweise eigentlich nicht erst mit dem kommenden Betriebssystem, wo auch neue Möglichkeiten gegeben sind, jetzt schon vorab ein Update erhalten und zwar nicht ein allzu kleines. Darin enthalten, und zwar wichtig, es geht hier um die iOS-Version, also die fürs iPhone, iPod Touch und das iPad. Neu habt ihr die Möglichkeit, wie in der macOS-Version, jetzt auch mit dem Greenscreen-Effekt rumzuspielen, wenn ihr was filmt auf einem grünen Hintergrund, wie man es halt kennt, mit angepinselter Wand, mit irgendwelchen Gadgets, dem Greenscreen von Elago oder was auch immer da für Möglichkeiten mit einem Tuch und so weiter gibt. Ja, wenn ihr da Aufnahmen macht, könnt ihr das Ganze nachher in andere Videoaufnahmen einspielen. Das Ganze funktioniert relativ einfach, wenn man ruhig filmt und das Ganze halt einigermassen gut umsetzt. Müsst ihr mal damit umspielen, macht auf jeden Fall Spass. Mein Mädels hat es sehr viel Spass gebracht. Ihr habt 80 neue Soundtracks aus der Sparte Pop, Sentimental etc. Und noch viele weitere Möglichkeiten, die jetzt neu in der App drin sind, wer es nachlesen muss und um 4 Uhr jetzt schon direkt anhört die Folge. Der Beitrag ist ab 7.03 Uhr online auf dem Pogipsi.ch-Blog mit mehr Details. Link wie immer in den Shownotes auf daily.tiktok.ch sowie natürlich auch bei euch im Podcatcher eurer Wahl. Weiter geht es mit einem Videovergleich und zwar von Apple Maps, der Lookaround-Funktion und der Google Maps und Streetview-Funktion. Streetview ist ja das Original, was Google schon vor vielen Jahren rausgebracht hat und mittlerweile weltweit umspannend schon Möglichkeiten hat, wo man eben die Strassen anschauen kann, wie sie sind. Da klickt man sich durch und wird dann von Bild zu Bild gemurft. Das Ganze hat Apple ja auch vorgestellt an der WWDC vor circa zwei Wochen war es jetzt, glaube ich, mittelwein schon her. Und da gezeigt, wie ihre Version davon ausschaut. Und das sah schon ziemlich sehr smooth aus und richtig flüssig. Und da meinten viele, dass es eventuell auch ein bisschen beschönigt worden sein könnte. Jetzt hat der erste, der die Apple Maps auf iOS 13 in der Beta ausprobiert hat, mal ein Video davon gemacht. Und zwar ein Videovergleich von eben Streetview und Apple Maps oder eben genau gesagt Lookaround-Funktion. Und das solltet ihr euch mal anschauen. Das schaut schon deutlich anders aus. Man muss natürlich dazu sagen, ja, gibt es nur in den Staaten und erst ab nächstes Jahr in anderen Ländern. Und dazu, es kommt erst im Herbst und bis dann hat Google natürlich noch genügend Zeit, auch ein bisschen nachzuholen. Das müssen sie auf jeden Fall tun. Dann, wer von euch ein Android-Smartphone besetzt und sich fragt, bekomme ich ein Update auf das nächste? Nächste ist übertrieben auf das aktuelle Android, was es seit einem halben Jahr gibt. Da sind ja noch nicht ganz so viele Smartphones da draussen, aber doch einige schon. Wenn ihr wissen möchtet, ob euch es dabei ist, egal ob welchen Hersteller, Samsung, Huawei, Honor und so weiter. Link dazu in den Shownotes. Da, den Artikel wird nächstens ergänzt um weitere Smartphone-Hersteller, sobald da Antworten und Rückmeldungen da sind. Dann kommen wir zu Huawei Mate, dem Mate X, oder X besser gesagt. Ihr mögt euch sicherlich noch an das Debakel von Samsung erinnern, als sie leider ihr Falt-Smartphone verschieben mussten. Wegen ein paar, ja, sagen wir mal, unschönen Geschichten rundherum. Da hat jetzt auch Huawei bekannt gegeben, dass sie ihr Mate verschieben werden. Anscheinend wollen die da nicht noch mehr PR-Ärger bekommen, als es zum Beispiel Samsung mit ihrem Gerät bekommen hat. Und oder da auch das Ganze mit der US-Regierung und so weiter ein bisschen aussitzen und schauen, wie es da weitergeht. Oder, und die Spekulationen sagen ja schon länger, dass das Huawei-eigene Betriebssystem ab Herbst kommen wird, oder eine erste Version davon. Und das könnte da eventuell ein bisschen auch zusammenspielen. Denn der neue Release-Termin, der verschoben wurde, sagt jetzt September 2019 und nicht mehr Sommer 2019. Wir dürfen gespannt sein und vor allem noch mehr gespannt sein dürfen wir. Ja, Huawei hat ja damals Samsung ziemlich ausgelacht, als sie das Ganze verschieben mussten. Jetzt dürfen sie auch. Weiter geht's in peinlich. Und zwar heute mit der Firma Twint. Aber da muss ich ein bisschen mehr ausholen. Das Deutsch-Österreichische Finanzinstitut Bluecoat. Vielleicht habt ihr es im Geek Talk News-Format schon mal gehört. Da hatten wir schon die eine oder andere News mal dazu. Irgendwo, irgendwann, vor einiger Zeit. Die haben eine Bezahldienst-Allianz ins Neben gerufen. Mobile Wallet Corporation nennt sich das Ganze. Und umfasst Bezahlungsdienstleister dieser Welt. Genau gesagt aus Spanien, Portugal, Norwegen und Finnland. Und eben auch aus dem asiatischen Raum. Da ist nämlich Alipay. Und das ist ein, ja, doch ein grosser Gigant in dem Bereich, würde ich behaupten. Das ist vom E-Commerce-Anbieter Alibaba, die Bezahlfunktion. Die haben sich eben, wie gesagt, in der Allianz zusammengetan und möchten ein einheitliches QR-Code-Format vorantreiben. Damit man sich besser aufstellen kann gegen Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay etc. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und sicherlich definitiv nicht der falsche Weg. Denn da zählt natürlich die Globalität und die Möglichkeit, das Ganze überall einsetzen zu können. Ja, und Twint ist ja eine Insellösung. Wie die Schweizer sicherlich wissen und wie die Deutschen und Österreicher auch wissen. Weil wir es immer wieder mal leider hier im Podcast sagen müssen, auch im grossen Podcast. Ja, Twint wurde angefragt, ob man nicht auch teilnehmen möchte und sich eben da anpassen möchte. Vor allem, weil Twint auch mehr im Bereich QR-Code machen will in Zukunft. Aber nee, Twint sagt, wir machen weiter Insellösungen. Wir bleiben dabei. Wir glauben, dass unser Dienst vor allem in der Schweiz funktioniert. Ja, das tut er, liebe Twint-Menschen. Das wissen wir leider auch schon lange. Und ja, aber ja, sie wollen ja, was haben sie im letzten Interview gesagt? Fünf bis acht, sechs Millionen Schweizer über kurz oder lang auf ihr Bezahlsystem bekommen. Ja, toi toi toi, ich drücke die Daumen. Grundsätzlich finde ich es ja nicht verkehrt, was ihr da macht. Mal schauen, wie es da weitergeht. Weiter geht es mit einem kleinen und letzten Thema. Ich hatte es schon mal im Pogipsi.ch-Blog verblockt. Vor zwei Wochen, circa vor zehn Tagen genau gesagt, kam die News endlich Microsoft To Do im Mac App Store für Mac OS. Und ja, heute am 17. am Montag ist es endlich soweit und die App ist da. Gut, bei mir jetzt noch nicht. Es ist auch erst knapp vor 1 Uhr am Morgen. Aber heute im Laufe des Tages soll die App ausgerollt werden. Ich freue mich ja schon, wie gesagt. Bin da wahrscheinlich, wahrscheinlich auch eher der Einzige, der sich darauf freut. Aber ja, wer mag, kann sich das mal anschauen. In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch habe aufbereiten können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag, einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen, am Dienstag wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.